Wir brauen seit vielen, vielen Jahren noch sehr klassischen, altbewährten, traditionellen Braumethoden. Das heißt, wir brauen Sortenreihen unserer Biere, wir brauen die Biere unbehandelt. Und das Allerwichtigste ist einfach hochwertige, gute Rohstoffe kombiniert mit Zeit, die das Bier einfach braucht, auch zu reifen und seinen Geschmack zu entwickeln. Die Besucher erwartet hier, dass sie bei uns eben diesen Blick hinter den Vorhang auch vornehmen können. Es ist ja eine der wenigen Brauereiführungen, wo man noch durch alle relevanten Produktionsbereiche live durchgehen darf. Und hier ist auch der beste Punkt, wie man unsere Bierphilosophie, unsere Produkte, unseren Zugang zu Bierbrauen kennenlernen kann und wie man es auch am besten jemandem näher bringen kann. Weil Abschluss jeder Führung ist natürlich dann im Braukeller oder im Biergarten vor dem Braukeller bei einem Bier. Und das ist schon eine runde Geschichte. Und wenn einem das dann sehr viel Spaß gemacht hat, dann kann man sich gleich direkt zum Biersommelier Kurs anmelden. Der findet auch bei uns statt eine österreichweite, vom Verband der Brauereien anerkannte Ausbildung, wo man wirklich einen anerkannten Bier-Sommelier-Titel dann auch zuerst per Kurs und dann mit Prüfung im Anschluss des Kurses im Haus bei uns machen kann.